Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Biomutant. Im letzten Pod haben wir ja den Stammeskrieg von Bzw. Dein Alt hat uns auch noch mal gesagt, dass wir uns eigentlich um die Weltenfrasse kümmern sollten, aber irgendwie hat sich ja eigentlich unser Ziel verändert, wodurch wir die Weltenfrasse ja nicht mehr erledigen müssen. Und wir kommen in eine neue Ausrüstung, die ich gleich mal ausrüsten werde, da ist sich aus, ein bisschen mehr Verteidigung. So, ja und hier sind jetzt neue Händler in dem Außenpasten. Jetzt kann ich von dem hier noch einen Psi-Punkt bekommen. Da wir gesehen haben, dass es hier so komische Selte gibt, die was uns auch nicht wirklich erklärt wurden, wo wir Psi-Punkte halten können. Mal sehen. Mal sehen. Ach, mach ich ja nicht. Das ist eine Zniege, leichte Beute für Lupalupin. Für alle anderen ist sie das perfekte Reittier. Wenn du sie gut fütterst, gehorcht sie dir. Okay. Ein Piepgebüsch. Ein Piepgebüsch. Njam Njam für die Zniegen. Pieps. Du hast einen Piepgebüsch gefunden. Leite da runter und sammle den Piepsamen ein. Mit Piepsamen kannst du wilde Reittiere zählen. Zniegen. Oder halt Zniegen. Also Rammertzniegen eigentlich sein sollen. Ich glaube, wir nehmen schon mal Schaf und Ziegen. Ne. Äh. Zebra und Ziege. Ich habe keine Ahnung. Reittiere. Du kannst dich auf Reittiere fortbewegen. Dabei schießen. Wenn du absteigst, wird dein Reittier an derselben Stelle auf dich warten. Erwobene Reittiere erscheinen in jedem Platz deines Transportmittelmenüs. Außer im obersten. Dort befinden sich das Reittier, das du im Transportmittelmenü ausgewählt hast. Äh. Ja. Okay. Was ist hier jetzt? Um ein Reittier. Was? Ist das jetzt schneller? Äh. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Es sollte eigentlich schneller sein. Es wirkt jetzt nicht wirklich schneller. Äh. So. Kann ich absteigen. Okay. Und weiter am Zielpunkt. Wie gesagt. Das ist die Subnautica-Station. Da dritt zappelt Glippohörn. Äh. Transportmittel. Hier zum Transportmittel. Reittier. Kaum auswählte Reittiere. Im oberen Platz deines Transportmittelmenüs erscheinen lassen. Okay. Heißt. Wir haben jetzt die Pukia-Tzu-Snieger. Ja. Ja. Oder dass sich die einfach so reiten lassen. Aber egal. Ich meine. Ja. Wir haben sie gehört. Oder dass die Tiere gleich so zutraulich sind. aus. Allen das hier. Inreiten. Deine Handlungen haben Gewicht. Wir dürfen das Nass in Glibber zu verwandeln. Sollte man das Nass vermölen. Natürlich. So. Äh. Ja. 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 Der Wegpunkt ist jetzt irgendwo. Alte Weltwissen. Aber hier muss ich eh hin. Um zu Glibber zurück zu gelangen. Ja. 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 Da istcos. Ja. Heißt. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Sie werden die Mar NOWH자 angeeien. Ja. Selbst aus der Ferne. Glebo sagt, Erinnerungen schwinden erstaunlich schnell. Jeder ist die Summe der eigenen Erinnerungen. Nur zusammen kann man sich an die Geschichte so erinnern, wie sie wirklich war. Natürlich. Ja, erzähl mir von Nupolup. Er kann dir nicht viel über ihn erzählen, da er nie viel über ihn wissen wollte. Er versteht nicht, wie jemand so grausam sein kann, auch wenn er weiß, dass es Gründe dafür gibt. Er versteht, dass du zurückgekehrt bist, um gegen Nupolupin zu kämpfen. Dieses Schicksal hast du all die Jahre mit dir herumgetragen. Er sagt, die Katastrophe damals hat das Gute in dir nicht ausgelöscht. Es ist immer noch da, so hell leuchtend wie in deiner Kindlingsheit. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dich zu erinnern und zu handeln. Dein Leben ist dein Leben. Keine Geschichte, von der du nur gehört hast. Ja, wir wollen aber doch trotzdem lieber die Rache wählen. Er versteht deinen Wunsch nach Rache. Glaubt aber nicht, dass du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du sie bekommst. Siehst du, auf meiner Seite. Los, Dunkeln, los! Das scheint recht eindeutig. Der Instinkt kann manchmal furchtbar sein. Richtig ist immer das, was Spaß macht. Höre das nächste Mal auf dein reines Herz. Im Dunkeln ist gut munkeln. Schätzt, dass die Welt am Ende ist. Selbst der Glibber wird sein glibberiges Ende finden. Wünscht, du hättest den Glibber nicht noch glibberiger gemacht. Fragt sich, warum du mit den Jagni flatterst. Das sind Nesthocker, die bloß ihre Zeit vergeuden. Aber hey, zurück zum Glibber. Gestern ist bereits vorbei. Es kommt darauf an, was du heute und morgen tust, um weiterzukommen. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann die Subnautica-Station nicht verlassen, weil die Verschmutzung seinem Anzug zu stark zugesetzt hat. Du musst also genug Schrott sammeln, um seinen Glibbergleiter zu verbessern. Fang mit der alten Wrackkiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Du solltest so schnell wie möglich dafür sorgen, den Glibbergleiter gegen den Pummelschnauber kampfbereit zu machen. Ist das wirklich so verschmutzt? Steinald hat ihm erzählt, dass sich unter dem Nass das Epizentrum der Kontamination befindet. Dort schlug sie am stärksten zu und beeinflusste das Ökosystem am meisten. Natürlich. Heißt, ich muss die Kiste drinnen. Kommen wir hier. Hey, du hast die Spur trotz all des klebrigen Glibbers gefunden. Deinem Kullerauge entgeht nichts. Als diese Spur entstand, war das Nass hier noch reiner. Äh, es hat sich welche unter die Oberfläche begeben. Könnte sie unter der Oberfläche sein? Ja, okay. Äh, es ist glaube ich bei Slasher. Die Tauchkapseln der alten Welt hatten eine eingebaute Luftversorgung, sodass man unter der Oberfläche atmen konnte. Schön, dass du mehr über die Verkleberung des Nass erfahren wolltest. Natürlich. Was haben wir denn sonst in unserer Oberfläche? Ähm... Ähm... Das ist eigentlich hier noch lang. Okay, hier geht's nach draußen. Aber ich glaube, wenigstens, wenn ich so laufe, trotzdem stehe ich da. Das wird zum Beispiel noch ein Ziel. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch täuschen. Es hat gerade genug Spannung. Ja. Vielleicht nicht Raum zu voll, ist alles okay. Äh... Drehen, drehen, drehen. Ja, ich dachte schon, was wird schlimm machen. Immer sind es noch immer relativ ein Rätsel. Natürlich. Blitz schnell! So, da kommt schon die mutierten Ratten. Obwohl, ich weiß gar nicht mal, ob die wirklich mutiert sind, oder ob es nicht... ganz normale Ratten sind. Ich kann hier mal alles nehmen. Wenn die was dabei haben. Das habe ich hier. Äh, eine Wand, die ich aufbrechen muss. Zum Glück habe ich... Die besten Geschichten wählen sich um Helden. Ich bin schon dabei. Dies ist so eine Geschichte. Ja, ich könnte mal den Stab ausrüsten. Ähm... Mit dem Hintergehen eigentlich gerade noch nicht. Ich sehe nicht hier noch was leuchten. Ein Schulterpost. So, ja, nehme ich mal mit. Hier kam ich nicht durch. Heißt, ich muss hier durch. Du hast da eine Leiterplatte. Äh, eine Rätsel gefunden. Um auszuwählen, welches Licht ausgewählt ist, verwende einen linken Stick. Wenn die Farbe das Licht zu Ende drücke. Wenn die Farbe das Licht geändert, so ändern sich auch alle angrenzten Lichter. Es gibt dann verfügbare Züge, um alle Lichter sehr grün zu machen. Okay. Das heißt, wir müssen das mittlere grün machen. So. Einmal. Alles rot und dann wieder grün umschalten, ne? Ja, okay. Ich meine, ja, die Rätsel können knifflig sein, wenn man sie falsch von Anfang an angeht. Aber sie sind eigentlich relativ einfach. Und dann. Ich weiß, dass du einen Glitterplatz gefunden hast. Veränderst du die übliche Bewegungssteuerung, um dich zur nächsten Kante zu bewegen? Ich weiß, ob du die Kante verhörst. Okay. Ja, hauptprall dass ich rein wachs und natürlich ist dein größeres Ding ich liebe dieses krachen ok ja zum Glück macht der Stab sogar relativ gut für Arme wenn ich mich hier jetzt bitte mal heilen darf weil es halt gerade zum besser jetzt kannst du viel weiter sehen als in der Nacht wieso soll ich auch immer weiter sehen können das hat gerade keinen Sinn gemacht ok natürlich noch mehr Gegner beziehungsweise nein, das ist ja eigentlich von anderen Stamm, wenn man es genau nennt Klebergleiterteile du hast eine Kiste mit Klebergleiterteilen gefunden diese Kiste können überall in der Welt gefunden werden und enthält Teile mit denen du diese mit denen du deinen Klebergleit anpassen kannst ja bitte bekämpft euch weiter gegensätzlich danke immer drauf Okay, das weiß ich wenigstens, was der Tonneausstoß macht. Weiter so. So I'm going to pick up King Sertz's. Okay. Na, ist halt zu fein doof, dass der Stabsbildschirm macht. Da haben wir halt nicht aus der Fähigkeit wenden, dass wir zwei Waffen verwenden können gleichzeitig. Aber anders hat es auch so gut. Halt dich von dieser Bio-Gefahr fern, sonst musst du dich einen Monat lang waschen. Ja, 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 Mensch. Ach, kein Drama draus. Ist das besser? Nee. Ach, verstanden. Okay. Ich hab mir einen Teil für einen Glühbergleiter. In der Restzeilen, so. Ein Dolphino. Ja. Interessant. Aufgrund von Toxanols Bohrungen vor der Küste begann es Öl zu regnen, welches das Nass und das Grundwasser verseuchte. Der Langzeiteffekt auf die Evolution der Lebewesen war, wie man jetzt weiß, der Grund für ihre Existenz. Natürlich. Verschmutzung ist nass. Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Hab ich schon gesagt, dass sicherlich irgendwie... Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ja, das wird ja nochmal auf Deutsch. Ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es war genug Strom, dass die Tür hier aufgeht. Beziehungsweise, das Ding hier versorgt wird. Jetzt, äh, hast du das vom Glöbergleiter? Nicht das andere Zeug? Das andere Zeug? Das andere Zeug? Das stehe ich gerade nicht. Äh, könnte es noch modifizieren? Ich möchte ja auch nicht. Ich hausse einfach so aus. Ich kann nichts gerade zum ausrüsten. Ich kann einfach nicht nur verwenden, aber ich kann sie modifizieren! Boah, endlich. Okay. Ah, wir sehen schon. Ja, den verändert sich. Ein paar Sachen. An geht hoch. Die Treffer. Das Teil muss da nicht so bleiben. Ja, der Griff muss auch so bleiben. Schafft kann ich auch nicht verbessern. Ja. Ne, ich möchte nicht herstellen. Jetzt kommt dir keiner mehr zu nah. Ja, mach ich auch. Verdammt, ein bisschen Schaden. Ich könnte natürlich jetzt noch vorne wegziehen. Verbesserung können. Moment. Ne, kann ich gar nicht. Die Stammenswaffe kann man nicht verbessern. Oh, zu wissen. Ah, da hört man mal die Änderung. So. Allerdings, bevor wir jetzt mit Klebebuch sprechen. Ich glaube, ich werde den Parten an dieser Stelle auch schon überwenden. Ich danke euch für die letzte Erwartung, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht zuerst sollt, könnt ihr euch gerne auch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Biomutant wieder. Ciao.